heute habe ich noch eine legendäre überlebende von euch so der erste ist es sind schon wieder vierer mission der ersten hier 82 der andere des vieratlas hier da gibt es einen mythischen anführer der überlebende igli der hart anführer der überlebende schön das kann man auf jeden fall machen das kann man auf jeden fall versuchen bessere herausforderungen gibt es nicht macht das auf jeden fall das ist ja richtig gut und haben wir mal einen mythischen anführer der überlebenden